Ein Klempner ist ein Installateur, der in der Installations-Technik arbeitet. Ein Klempner muss als Allround-Installateur betrachtet werden, der für verschiedene Aktivitäten verantwortlich sein kann. Denken Sie an die Installation von Heizungsanlagen, die Installation von Zentralheizungskesseln, die Installation von Dachrinnen, die Verarbeitung von Zink und die Installation von Abflüssen und Wasserleitungen. Das Feld eines Klempners kann als breit bezeichnet werden und beinhaltet mehr als nur die Möglichkeit, Zentralheizungssysteme zu installieren und anzuschließen. Generell ist ein Klempner mit allen Formen der Installations-Technik vertraut, denn beispielsweise können ältere Anlagen noch aus Stahlrohren gebaut werden. Wichtig ist auch, dass ein Klempner versteht, wie bestimmte Systeme, wie ZB eine Zentralheizung, Abflüsse und Wasserleitungen, installiert werden sollen, damit keine Probleme mit der Installation entstehen. Eine gute Installation, wie eine Zentralheizung und die damit verbundenen Zu- und Abfuhren, kann nur dann ordnungsgemäß funktionieren, wenn sie richtig installiert wird. In den meisten Fällen führt ein Klempner verschiedene Arbeiten aus. Denken Sie zum Beispiel an die Installation von Klimaanlagen, die Entstopfung von Abflüssen, die Installation von Wasserhähnen und Waschbecken und die Installation von Kraftwärmekopplungsanlagen. Der Name Klempner bedeutet in den meisten Fällen, dass es sich um einen Allround-Profi in der Installationstechnik handelt. Ein Klempner hat seinen Namen aus der Vergangenheit, indem er Blei und Bleirohre gießt. Die Streifen wurden verwendet, um Rohre wasserdicht zu machen. Heutzutage arbeitet ein Klempner nicht mehr mit Bleiwasserleitungen, weil dies verboten ist. Wasserleitungen bestehen heutzutage aus Kupfer oder Kunststoff und nicht aus Blei. Offensichtlich kann ein Klempner mit alten Bleiwasserleitungen zu tun haben. Ein Klempner wird sich auch regelmäßig mit alten gusseisernen Abflüssen auseinandersetzen müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017